Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Tele-Stammtisch zu einem weiteren Special zur, ja, Streaming-Plattform Mubi. Ihr kennt das ja wahrscheinlich schon vom ersten Mal. Wir knöpfen uns in diesen Spezialausgaben verschiedene Filme vor beziehungsweise stellen sie vor, die zurzeit auf Mubi verfügbar sind. Und wir sind in diesem Fall ich. Ich bin der Dom und bei mir sind einmal der Patrick. Hi. Und einmal der Lukas. Hallo. Ja, wir haben uns durch die Mubi-Library und durch die aktuelle Filmauswahl gewühlt und uns dabei drei Filme ausgesucht. Das Ganze war ein bisschen hin und her, weil das Problem bei Mubi ist, dass manchmal gewisse Titel dann doch später oder früher kommen und man die dann nicht so einplanen kann. Ich wollte nämlich hier ursprünglich eigentlich den Skandalfilm-Klassiker Das große Fressen besprechen, aber das wird dann das nächste Mal erst kommen. Aber ich denke, wir haben trotzdem eine relativ bunte Tüte, würde ich sagen. Wenn auch jetzt eher bunt, nicht unbedingt von der Stimmung her. Also sprich heiter. Ja, ich kann dir mal kurz sagen, was wir heute so für euch im Gepäck haben. Alles eher schon, ja, so im Arthouse-Bereich zu verorten. Jetzt vielleicht Patricks Film nicht unbedingt. Lukas, was stellst du heute vor? Ich stelle heute I Vitelloni vor. Das ist das Regie-Debüt von Federico Fellini aus dem Jahr 1953. Genau, zu Deutsch der Müßiggänger, ne? Hier in Deutschland von 53, genau. Genau. Von Federico Fellini. Ich glaube, den müssen wir jetzt nicht vorstellen. Wird sich vielleicht im Laufe des Castes ergeben. Sehr schöne Auswahl. Patrick, womit beglückst du uns heute? Ich komme heute mit The Host, dem Regie-Debüt von Bong Jong-ho, den man unter anderem auch von Parasite kennen dürfte. Spätestens jetzt mal. Ja, spätestens jetzt. Also The Host ist ja, glaube ich, so sein, neben Snowpiercer ist das so mit seinem bekanntesten Film, glaube ich. Ja, ja. Und Parasite eben. Wobei, da muss ich dich korrigieren, sein Debüt ist das nicht. Ja, das wollte ich auch gerade erwähnen. Ich glaube, es ist Barking Dogs Never Bite. Genau, genau. Und danach auch noch Memories of Murder. Der auch ganz, ganz, ganz großartig ist. Der ist klasse. Aber Bong Joon-ho lohnt sich so oder so. Also spätestens seit Parasite sollte eigentlich jeder diesen Mann auf dem Zettel haben. Also der hat ja bekanntlich jetzt Oscar-Geschichte geschrieben und man kann gespannt sein, was von dem noch kommen wird. Also der ist zwar schon einige Jährchen jetzt im Geschäft, aber man hat das Gefühl, seine Karriere könnte jetzt erst mal richtig anfangen. Also der hatte ja vorher schon, wie gesagt, Aufmerksamkeit durch Snowpiercer etc. und hat halt auch viel in Südkorea gemacht. Aber man darf gespannt sein, wo der Weg ihn jetzt noch hinführen wird. Aber ja, wir haben, glaube ich, ein relativ abwechslungsreiches Päckchen hier geschnürt. Und ich vollende das Ganze mit meinem Film von einem eher unbekannten Regisseur, der aber einen ziemlich bekannten Film, zumindest in der Vita, hat, nämlich American History X. Die Rede ist von Tony Kaye. Bei American History X ist es ja bis heute umstritten, ob das wirklich sein Film war, weil Edward Norton hat sich beim Dreh mit ihm ziemlich zerkracht und angeblich hat Edward Norton den Film selber zu Ende gedreht und geschnitten. Sprich, Tony Kaye hat gar nicht so einen großen Anteil dran gehabt. Aber hier soll es um Detachment gehen. Regie Tony Kaye in der Hauptrolle mit Adrian Brody. Ein Drama um einen, ja, Aushilfslehrer, der so ein bisschen an der Welt verzweifelt beziehungsweise am Bildungssystem. Aber das ist nur so die Spitze des Eisbergs zu diesem Film. Aber ja, den stelle ich vor, dazu später mehr. Jungs, mit welchem wollen wir anfangen? Ich würde wohl eben, ich würde wohl den Start machen. Mhm, gerne. Genau, also ich fange einfach mal an, indem ich kurz sage, worum es geht, kleine Eckdaten. Genau, in der Müsiggänger von Federico Fellini. Bitteschön. Genau, die Müsiggänger spielt in einer kleinen Stadt in Italien, wo fünf Männer leben, die quasi auf diesem Grad sind zwischen dem Jungerwachsenen sein und dem Erwachsenen sein. Also ich, schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass sie so an der 30 so kratzen so. Mittlerweile, die halt quasi ihr Leben in diesem Trott leben, zwar alle irgendwie Träume besitzen, aber dann doch eher in diesem Alltagstrott leben und deren Alltag ist dann halt geprägt von Orientierungslosigkeit, von Familie, von Trinken, Frauen und abends in der Poolhole rumhängen, rumlungern und in den Tag hineinleben quasi. Mhm. Das ist eigentlich schon so der Hauptplot, kann man sagen. Also es dreht sich um diese fünf Figuren. Ich würde sagen, eine Figur am meisten, hatte ich zumindest da das Gefühl, da der sehr viele Frauengeschichten quasi hat. Und da liegt schon der Fokus mehr oder weniger drauf, würde ich sagen. Aber im Endeffekt geht es dann um dieses Verwirklichen von Träumen und allgemein dieses Leben in so einer kleinen Stadt und was man daraus machen kann quasi. Mhm. So ist der Film dann auch so unter Comedy, Drama einzuordnen auf jeden Fall. Der Film geht 104 Minuten, also ist keine zwei Stunden lang. Genau. Und ist, wie gesagt, das Regie-Debüt von Federico Fellini. Das klingt jetzt so auf den ersten Blick nach einem Episoden-Film. Schon, aber finde ich schwer zu sagen. Also es baut alles auf jeden Fall aufeinander auf. Und das, also man kann sagen, der Film spielt in der Epoche von ein paar Tagen wahrscheinlich so. Also es ist nicht so quasi, dass das passiert und dann passiert dem anderen irgendwas anderes, sondern meistens ist es schon eine zusammenhängende Geschichte auf jeden Fall. Ja, wie du es jetzt beschrieben hast, so auch, dass es eher, also es scheint jetzt gar nicht so unbedingt die großartige Handlung zu geben, habe ich den Eindruck, sondern eher so ein Lebensgefühl vermittelt zu werden. Das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ist der vielleicht auch daran inspiriert? La Grande Belleza? Geht der vielleicht so ein bisschen in die Richtung? Also wenn du den gesehen hast, La Grande Belleza? Den habe ich nicht gesehen tatsächlich. Okay. Gut, ja, nee, dann kann man das jetzt nicht so vielleicht darauf zurückführen. Das erinnerte mich jetzt halt daran. Ja, La Grande Belleza auch sehr empfehlenswert. Ja, ich muss sagen, ich kenne jetzt nicht so viel von Fellini. Ich erkenne da jetzt aber so gewisse Motive, die du angesprochen hast, wieder. Auf jeden Fall. Also das kann ich auch direkt sagen, dass man merkt einfach auf jeden Fall, dass es ein Fellini-Film ist und man merkt auch, man merkt aber auch so, dass es der erste Film ist, da die anderen Filme dann darauf quasi aufbauen und dann noch wesentlich tiefgängiger dann im Endeffekt sind. Und man merkt, dass der Film so ein bisschen so eine Blaupause ist quasi. Ja, wie es oft so bei großen Regisseuren ist, ne? Und bei ihren Erstlingswerken eben. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, das zu beobachten. Also ich fand das hier sehr interessant, weil ich habe sonst von Fellini bisher 8,5 und La Dolce Vita gesehen. Also die beiden ganz großen Filme von Fellini, die ich beide auch wirklich sehr, sehr toll finde und jedem ans Herz legen kann. Und man merkt hier auf jeden Fall bei Ivi Telonio, beziehungsweise die Müsiggänger, dass es auf jeden Fall der erste Fellini-Film ist. Einfach weil es noch so ein bisschen grundlegender ist alles. Aber man merkt von der ganzen Stimmung her, von dem ganzen Rhythmus, den der Film hat, von der ganzen Atmosphäre, von der gesamten Inszenierung mit Musik, Kamera, merkt man einfach, erstens merkt man, dass Federico Fellini von Anfang an wusste, was er tut. Und man merkt einfach, wie er sich dann innerhalb von den 10, 15 Jahren, wo die anderen Filme dann rauskamen, weiterentwickelt hat. Ja, und könnte ich mir, also war auf jeden Fall sehr stilprägend für ihn, der Film und vielleicht auch für das italienische Kino zu der damaligen Zeit, ne? Ja, garantiert. Auch international war der direkt beachtet. Also 1958, keine Ahnung, warum mit so einem Verzug, aber ja gut, da war das vielleicht noch nicht jährlich mit den Oscars, keine Ahnung. Auf jeden Fall Oscar-nominiertes Drehbuch, ne? Berechtigt in deinen Augen? Ja, garantiert. Also es ist wirklich gut. Und wie sich das Ganze auch zusammenfügt im Film, ist einfach wirklich, wirklich wahnsinnig gut gemacht. Ich sehe jetzt auch gerade, da ist auch noch irgendwie jemand aus der Familie von ihm vertreten, Riccardo Fellini. Der war ja bei einigen seiner Filme, glaube ich, mit am Start, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, stimmt, tatsächlich. Und er spielt dann auch, nein, der, ach, ach, ah, okay, ja, das ist der, okay, jetzt, ich sehe gerade das Bild, okay, alles klar. Das wusste ich gar nicht, das wusste ich tatsächlich nicht, aber das ist interessant zu wissen. Ich sehe gerade, der hat auch bei Nächte der Kabiria auf jeden Fall auch mitgespielt. Was auch einer der größeren Filme ist, die ich noch sehen muss. Genau. Was auch recht interessant ist, dass der Komponist tatsächlich, äh, Nino Rota heißt der, auch bei den Filmen danach tatsächlich auch die Musik gemacht hat. Also die sind quasi seit Anfang an dabei und der hat, ähm, und der hat danach wohl auch noch eine sehr, also Nino Rota hat tatsächlich eine sehr steile Karriere hingelegt, der hat auch die Musik für Der Pater 1 und 2 gemacht. Ja, woher kann ich jetzt den Namen, ich hatte jetzt gerade mal hier geguckt, parallel. Da muss man, glaube ich, nichts zu sagen, ne? Ne. Das ist ja, der hat auch irgendwie noch zuletzt die Musik zu einer Fellini-Dokumentation sogar noch gemacht. müsste ich jetzt auch mal gerade eben gucken, wann Fellini gestorben ist. 93, ja. Der hat sich lang gehalten. Ja, 73, ne? Das, und der hat auch bis zuletzt, meine Güte, 12 Oscar-Nominierungen. Das ist wirklich so der, also vom, vom Status her dürfte das so ein bisschen so der italienische Alfred Hitchcock sein, ne? Ja. Äh, also NSD prägend auf jeden Fall für das gesamte Kino, äh, das, das. Ja, garantiert. Also Fellini ist das Aushängeschild des italienischen Kinos gewesen, auf jeden Fall, zu seiner Zeit. Ja, garantiert. Allein, wenn man sich schon 8,5 ansieht, sieht man einfach, wie verdammt viele Leute allein von diesem Film beeinflusst worden sind. David Lynch, Terry Gilliam, um jetzt mal zwei zu nennen, sieht man auf jeden Fall, und die auch offen sagen, dass Fellini eine Rieseninspiration gewesen ist. Ja, den 8,5 müsste ich noch mal sehen. Ich hab den mal irgendwie auf Art, oder was hab ich den mal erwischt? Da war ich allerdings noch zu jung dafür, hatte ich das Gefühl. Da bin ich nicht so wirklich mitgekommen, weil der ist ja nicht ganz einfach, der Film. Ja, das stimmt. Ich kenn allerdings diese, und den hab ich Gott sei Dank verdrängt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Lukas, dieses Musical 9 mit Danny DeLuis in der Hauptrolle. Nee. Der ist nämlich eine Riesenhommage an Fellini. Da spielt Danny DeLuis einen fiktiven Regisseur, der allerdings stark an Federico Fellini angelehnt ist. Okay, also das hab ich tatsächlich noch nicht gesehen. Kann ich auch nicht empfehlen. Okay. Und das sagst du als Danny DeLuis-Fan. Ja, genau, ich sag's als Danny DeLuis-Fan, muss ich sagen, Danny DeLuis ist für mich egal. Sonst wo. Schauspiel Gott. Aber nicht mal er konnte diesen Film retten. Also bei dem kann man auch wirklich, also das sag ich jetzt auch als Shoutout nach draußen, Leute, nimmt den Titel des Films wortwörtlich. Nein, ja. Weil der ist ganz, 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 ganz furchtbarer Müll. Der ist von dem Regisseur, der dann auch jetzt zuletzt, hier Rob Marshall, der hat den vierten Fluch der Karibik gemacht und zuletzt Mary Poppins Rückkehr und wird jetzt auch Ariel inszenieren. Der ist auch irgendwie im Musical-Fach, ist er auch zu Hause. Aber Nein ist furchtbarer Müll, wirklich. Also ein ganz, ganz furchtbarer Film. Da sieht man auch wunderbar, der ist bis in die hintersten Ecken Star besetzt. Aber da sieht man auch, man kann doch so einen tollen Cast haben, wenn man ihn nicht nutzt und wenn man, auf Deutsch gesagt, einfach Müll produziert. Aber gut. Ja, das soll's dann auch gewesen sein. Nicht angucken, bitte. Ja, Patrick, hast du noch eine Frage an Lukas zum Fellini? Was macht denn für dich so Fellinis Stil aus? Weil ich hab von dem Film leider jetzt gar nichts gesehen. Es klingt aber interessant, wenn das sogar einen David Lynch beeinflusst hat. Also Fellinis Stil ist einfach wirklich, dass er weiß, wie man inszeniert. Also die Filme sind einfach alle immer perfekt inszeniert, dass einfach die Kamera mit dem Schauspiel und der ganzen Musik jetzt einfach so eine homogene Masse quasi bildet, die einfach so einen Sog entwickelt, dass man einfach in dem Film drin ist und dass man mit den Figuren mitfühlt und dass man einfach emotional immer direkt einfach connect ist quasi. Und das schafft Fellini auf so eine sehr magische Weise und schafft immer so eine sehr, finde ich, eine sehr magische, sehr traummäßige Ebene quasi zu schaffen. Und das ist bei all drei Filmen, die ich so gesehen habe. Dieses Traummäßige, das ist dann wahrscheinlich der Einfluss, den er auf Lynch gehabt hat. Ja, das kann sehr gut sein auf jeden Fall. Gerade bei, wie gesagt, gerade bei 8,5, da ist es dann sehr, sehr stark, wie da so die Grenze zwischen Realität und, und, äh, nicht Realität, nein. Ja, die Erinnerungen, ne, die Erinnerungen. Das ist ja so das A und O, dieses Fragmentarische, das hat ja auch durchaus so leichte Noir-Anleihen einfach, ne. Ja. Ist absolut stieprägend gewesen. Also, wobei ich es interessant finde, dass, also die Müßiggänger, habe ich schon mal von gehört, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so der Film, der immer so als erstes genannt wird, wenn es um Fellini geht, ne? Nee, also da gibt es dann auf jeden Fall noch andere Filme. Das ist, also, der Film ist wegweisend, wegweisend, aber ist jetzt auch nicht der Stärkste, den ihr nicht bisher gesehen habt, sondern ist in dem, was er ist, ist es ein superguter Film. Aber dann in Hinsicht auf das, was Fellini danach noch gemacht hat, ist es dann einfach ein schwächerer Film im Gegensatz zu 8,5 oder La Dolce Vita. Ja, gut, das sind dann eben auch die, die ganz Großen, ne. Das ist dann in etwa so, wenn man das Frühwerk von Hitchcock dann vergleicht mit, äh, mit, mit Psycho beispielsweise. Ja, mit, äh, mit, äh, der unsichtbare Dritte. Wobei, das Frühwerk von Hitchcock kann man auch sehr, sehr empfehlen, tatsächlich. Ja, äh, Fellini, was will man noch so sagen, absolut stilprägend und, also, ich hab, ich hab, wie gesagt, die Müßiggänger nicht gesehen, er kommt jetzt definitiv auf meine Liste. Würdest du den, den Einsteigern dann wirklich eher empfehlen oder eher sowas wie 8,5? Also, ich kann tatsächlich jedem empfehlen. Also, ich glaube, dass es da nicht so einen Riesenunterschied macht, weil man trotzdem, also, weil es jetzt nicht so, dass 8,5 dann ein Film ist, wo man sagen muss, man muss Fellini verstehen, sondern man muss halt den Film verstehen einfach. Und, also, es ist so, und deswegen würde ich sagen, es ist im Endeffekt nicht so wichtig, wo man einsteigt, weil man eigentlich, glaube ich, egal, bei welchem Film man einsteigt, man garantiert Lust auf mehr hat. Das wäre bei dem Film hier genauso, denke ich. Ich glaube, der, von den dreien, die ich bisher gesehen habe, würde ich sagen, ist der Einsteiger-freundlichste, beziehungsweise wäre für mich La Dolce Vita, weil der Film einfach Hammer ist. Also, der ist wirklich einer, ein Film, den ich wirklich sehr, super schnell lieben gelernt habe, seitdem ich das erste Mal gesehen habe, der auch eine super tolle Atmosphäre hat und coole Einflüsse, eine super gute Gesellschaftskritik dahinter ist und auch wahnsinnig wegweisend. Ich meine, der Film hat zum Beispiel den Begriff Paparazzi erst ins Leben geholt tatsächlich. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Genau, da ist nämlich eine Figur in dem Film, der heißt halt Paparazzo und der ist halt einer, der genau das macht, was Paparazzis machen, der mit der Kamera halt Stars verfolgen. Und, genau, genau. Und halt auch wirklich komplett skrupellos. Da ist dann halt eine Szene, wo einer Person was Schlimmes passiert und die halt komplett mit Kamera draufhalten. Da ist tatsächlich der Begriff dann auch hergekommen. Okay. Ja, ich, du hattest ja schon die Inszenierung von Fellini beschrieben. Also, wie gesagt, 8,5 ist bei mir wirklich lange her. So ein paar andere habe ich noch gesehen. Also, La Strada zum Beispiel, das Lied der Straße. Und bei Fellini ist schon sehr augenfällig. Und wenn du das jetzt auch besonders im Hinblick auf die Müßiggänger meintest, ist einfach wahnsinnig stilsicher inszeniert. Also, bei Fellini, du hattest das ja vorhin, glaube ich, so ein bisschen schon beschrieben, da fließt inszenatorisch wirklich so alles ineinander. Also, du kannst da auch sehr schnell von audiovisueller Perfektion sprechen bei den Filmen. Ja, garantiert. Wahnsinnig stilprägend, wahnsinnig stilsicher. Ja, gibt es momentan in der Mubi Library, meintest du, ne? Genau. Kann man sich also jederzeit ansehen, ist nicht irgendwie zeitlich begrenzt, wie jetzt andere Geschichten, oder? Also, doch, die Müßiggänger ist noch, glaube ich, 15 Tage oder so ungefähr da. Ach so, okay, stimmt. Ah, da hatte ich mich jetzt vertan, genau. Und wenn dann nicht auf Fellini warten kann, in 27 Tagen kommt der nächste Film bei Mubi, und zwar Juliet of the Spirits, auch von Fellini. Den werde ich mir garantiert auch ansehen. Sehr schön. Ja, da kommt ja noch einiges. Ja, wie würdest du den denn bewerten auf einer Skylar von 1 bis 5? Die Müßiggänger würde ich 4 von 5 Sternen geben, auf jeden Fall. Oh, wow. Sehr guter Film. Wenn man wirklich den Film als erstes sieht, dann hat man einfach einen sehr guten Film, wo man sich denkt, okay, super. Und dann, wenn man sich dann in den nächsten anschaut, weiß man dann, oh, okay. Es geht also soweit noch. Würdest du sagen, dass man dann auch in den nächsten Filmen eine konsequente Weiterentwicklung von dem sieht, was er schon in jetzt eben die Müßiggänger abgeliefert hat, ne? Garantiert, garantiert. Das ist auch sehr interessant zu beobachten, weil er halt viele Filme gemacht hat. Und dann mit 8,5 kommt dann so ein Knick, könnte man quasi sagen, weil der Film quasi auch sehr viele autobiografische Züge hat. Extrem viele. Ja, und dann mit seinem alten Ich quasi ein bisschen abrechnet. Das ist sehr interessant auf jeden Fall, das anzuschauen. Ja, ich muss 8,5 auf jeden Fall noch mal sehen. Ich muss generell mal in die Filmografie reinschauen. Ja, doch, das lohnt sich. Also, ich hab da auch noch nicht so viel von gesehen. Es ist auch schon, wie gesagt, relativ lange her. Aber gewisse Filme sollte man wirklich gesehen haben. Und da gehört Fellini in eine Riege mit, mit Godard oder Jacques Tati. Ja, garantiert. So rein filmhistorisch jetzt auch natürlich, ne? Gut, dann würd ich sagen, wären wir damit durch. Sehr schöner Pick von dir. Mal was, ja, schon ... Also, jetzt für Mainstream-Verhältnisse schon ein bisschen Abseitigeres, ne? Also, auch wenn Fellini natürlich ein Name ist, ganz klar. Aber den hätten jetzt, glaub ich, nicht so viele ausgewählt bei uns aus dem Team. Sehr, sehr schön. Ich mein, das ist ja schon wirklich ein Klassiker, ne? Ist ja, was war der Jahrgang 53, ne? Genau. Genau. Gut, dann ... Ja, weiß nicht, Patrick, dann lass ich dir den Vortritt ... Ich würd sagen, wir machen's nach der Bekanntheit. Deiner wär ja dann auch noch ein Downer. Genau, meiner ist ein Downer. Und wir lassen's, glaub ich, mit Downing hier ausklingen. Dann begeben wir uns nach Südkorea, würd ich sagen, zu Bong Joon-ho. Okay, ich hab The Host ausgewählt, einfach weil mich spätestens seit Parasite die Filmografie von Bong Joon-ho interessiert hat. Und ich hab so ein leichtes Faible für Monster-Filme. Von daher hat das beides mit reingespielt. In The Host aus dem Jahr 2007 geht es um eine Familie, von der wurde die Tochter von einem Monster entführt. Und in die Kanalisation whatever, nachdem ein Monster die Stadt Seoul attackiert hat. Und da vielleicht auch unter anderem so ein paar Viren verbreitet hat. Und der Vater versucht dann, während auf einmal die Quarantäne-Bedingungen auf einmal drastisch angehoben werden, seine Tochter zu finden. Okay, ja. Lukas, hattest du gesagt, hattest du den gesehen? Ich hab The Host gesehen, ja. Bei mir ist es schon echt lange her. Ja, weil Patrick hat ja grad schon gesagt, der kam im März 2007, kam der hier nach Deutschland natürlich ein bisschen im Verzug gegenüber Nordkorea. Äh, Südkorea, Nordkorea ja nicht. Äh, noch unter Kim Jong-il, nee. Und ja, hat relativ schnell Kultstatus erlangt, ne? International auf jeden Fall. Ja. Ist aber auch einer der umstritteneren Bong Joon-ho-Filme anscheinend, ne? Ja. Und hat jetzt auch so ein bisschen unangenehme, er hat so einen Schuss Tagesaktualität, wenn man den heute sieht, könnte ich mir vorstellen, ne? Als ich den Film geschaut habe, da waren die Sicherheitsvorkehrungen noch nicht so, da haben wir noch schief geguckt, als die Leute mit den Sicherheitsmasken rumgerannt sind. Jetzt hab ich eine 40-Stunden-Arbeitswoche hinter mir und meine Stimme ist selber von diesen Tragen der Sicherheitsmasken ein bisschen angeschlagen. Also, er hat jetzt schon unangenehme Realität angenommen, innerhalb von kürzester Zeit. Mhm. Okay. Ja, das ist ja ... Also, wenn man sich den anguckt, da sind auch viele anzutreffen im Cast, mit denen Bong Joon-ho auch schon mehrmals gearbeitet hat, ne? Und einen, den hab ich gar nicht so erwartet, den Scott Wilson, den man noch von Walking Dead als Herschel kennen könnte. Also, das ist der, der am Anfang sagt, hier, nö, wir müssen die ganzen Chemikalien da in den Abfluss kippen, ist alles schlecht geworden. Naja, der Arzt, ne? Also, dieser Doktor. Genau. Wobei, man muss sagen, das ist schon ... Also, Bong Joon-ho hat ja schon einen sehr eigenen Stil, das hat man ja spätestens wohl im Parasite gemerkt. Selbst jetzt irgendwie als jemand, der jetzt nicht so affin ist fürs südkoreanische Kino. Ich seh mich da irgendwo in der Mitte, aber The Host ist schon ein relativer Genre-Film eigentlich, ne? Ja, aber er ist nicht direkt das, was man auf den ersten Blick erwartet. Wenn du denkst, du kriegst einen Monster-Film, dann könntest du vielleicht so ein bisschen enttäuscht werden. Der Film ist im groben Kern ein Familiendrama, bei der auch der Stamm-Schauspieler von Bong Joon-ho, der Song Kang-ho, der in jeden von seinen Filmen irgendwie zu vertreten ist, ziemlich punkten kann. Und das Lustige bei ihm ist, er hat noch nicht mal eine Schauspielerausbildung gemacht. Er ist da irgendwie reingestolpert, aber er hat in jedem seiner Filme schon ein ziemliches Charisma. Deswegen gönne ich es ihm. Und ich find's schön, dass er irgendwie nie in jedem der Film vertreten ist. Und grad er hat da eine ziemlich gute und starke Performance. Ja, ich seh auch hier, das fiel mir jetzt auch wieder ein hier, ich hoffe, ich sprech den Namen richtig aus, Duna Bai, oder wie die heißt, die man beispielsweise aus Cloud Atlas kennen könnte. Ach ja. Und die, die auch in der Serie Sense8 dann, glaube ich, auch war von den Wachowskis und den Jupiter Ascending sogar war. Ach Gott. Ja, den klammern wir lieber aus, aber ich nehme an, die hat dann dadurch irgendwie auch ein bisschen den internationalen Durchbruch gehabt. Ansonsten sind da sehr, 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 sehr viele bekannte Gesichter, die man eben aus Bong Joon-ho-Filmen kennt. Ja, aber ich find's ja, auch diesen Familiendrama-Aspekt, den haben die gut hervorgehoben. So ein bisschen ist da auch Gesellschaftskritik gerade bei den Virenforschern und so. Wenn die in ihren schlechten amerikanischen Akzent dann sowas daher sagen, so wir müssen ihr Gehirn untersuchen und so, dann denkst du, okay, ist das jetzt nur wegen der deutschen Fassung? Aber ich hab dann in den O-Ton gehört, da haben die genauso komisch dahergeredet, das wollten die sich noch ein bisschen über die Amis lustig machen und deren Forschung. Ja, ich müsste den eh noch mal, also ich hab mir letztens, also ich schreib ja für Movie Break und da hab ich jetzt so eine Bong Joon-ho-Box bekommen. Da ist Snowpiercer drin, The Host und Mother, den ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Oh ja, das ist wahnsinnig gut. Man findet in der Filmografie bisher keinen schlechten Film. Die haben alle mindestens ein interessantes Element oder irgendwas, wo mit Bong Joon-ho sich wieder selber so ein bisschen testet und ein neues Thema herantastet. Ja, also als einen seiner Schwächeren würde ich schon diesen Netflix-Film Okja bezeichnen. Ja, ich tatsächlich auch. Also auch nicht schlecht, garantiert nicht. Schlecht, also schlecht ist, gibt es bei Bong Joon-ho nicht gar nicht. Der Film braucht halt ein bisschen, Okja braucht ein bisschen im Vergleich dazu, bis er in die Puschen kommt. Da ist erst so der Schluss, der das so aufrundet. Davor hatte ich auch gedacht, irgendwie ist der total mittelmäßig. Ja, der ist auch ... Aber dieser fiese Schluss rettet den Film, da merkt man, dass das halt vermutlich nur eine Auftragsarbeit von Netflix war. Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Der ist nur ein bisschen ... Der ist tonal sehr, sehr unentschlossen und zerfahren, der Film. Also der weiß lange irgendwie nicht, wo er hin will. Ist irgendwo ... Das ist so Bong Joon-ho so ein bisschen im Tim Burton-Modus manchmal auch. Da ist ja also beim Bong Joon-ho ist ja immer eine gewisse Ironie einfach vorhanden. Aber Okja tut sich dann für mich auch so ein bisschen schwer, seine Zielgruppe zu finden. Weil für Kinder ist der halt viel zu fies und hintersinnig und für Erwachsene teilweise viel zu albern. Ist manchmal ein bisschen schwierig, aber er ist trotzdem sehenswert. Also schaut den euch gerne an auf Netflix. Schaut euch generell Bong Joon-ho-Filme an. Also spätestens seit Parasite sollte man sich mal irgendwie die ganze Filmografie zu Gemüte führen. Vor allem kleiner Tipp, schaut euch lieber Bong Joon-hos Filmografie an, bevor ihr diese Snowpiercer-Serie anseht oder hört euch den Cast von den Netflix 4 dazu an. Ihr habt die Zeit damit deutlich besser investiert als in diese Snowpiercer-Serie. Netflix 4, was meinst du? Ach, Chris hatte doch damals gesagt, das wäre eine Idee, mal mit den Netflix 4 eine Serie zu besprechen. Ach so. Und da hatte er diese Snowpiercer-Serie vorgeschlagen. Ja, es kann sein, dass wir, also da ist eigentlich bisher noch nichts geplant. Und man kann gerne, wir haben beim Movie Break, haben wir wöchentliche Recaps inzwischen zu den einzelnen Episoden von Snowpiercer. Also wo halt eine Folge ausführlich auseinandergenommen wird. Da könnt ihr gerne mal reinhören bei den Kollegen Thomas und Stu. Aber ansonsten ist jetzt Netflix 4 mäßig, da ist ja noch nichts geplant. Aber könnte vielleicht noch kommen. Es ist halt die Frage, ob die Serie das so hergibt. Weil, was ich bisher gesehen habe, ist die ziemlich uninteressant, sagen wir es mal so, im Gegensatz zu dem Bon Joon-Ho-Film. Ich habe da auch reingeschaut, mich hat es so gar nicht abgeholt. Ja, gut, muss man. Aber okay, zurück zum Thema, würde ich sagen. Genau, The Host kann man sich auf jeden Fall ansehen. Es ist bei mir halt schon echt eine Weile her. Ja, ich habe den auch tatsächlich eher als so ein Monster-Genre-Flick im Kopf. Aber wenn du jetzt halt sagst, dass das ein Familiendrama ist im Kern. Im groben Kern ist es ein Familiendrama. Das Monster taucht halt auch oft auf. Hinterlässt einen Eindruck. Es sieht halt teilweise ein bisschen trashig aus. Aber ich finde, dieser Familiendrama-Aspekt steht dann doch irgendwo im Vordergrund. Ja, das ist typische Bon Joon-Ho, dass er so im Kern eigentlich was relativ Intimes erzählt. Das ist ja sogar bei Parasite der Fall. Also, da steht das natürlich noch weiter im Vordergrund. Und das ist eigentlich so, ja, eigentlich, ja doch, wirklich so das hervorstechende Kernelement. Aber das zieht sich auch so quer durch seine Filmografie. Und das ist dann auch wieder eben eine sehr tolle Handschrift. Es könnte sein, dass man, also, wenn man sich jetzt so das Plakat von V-Host ansieht, dass man den so wirklich so als so einen billigen Monster-Trash abtun könnte. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiß, wer dahinter steckt. Aber damit spielt der Film auch durchaus, habe ich den Eindruck, ne? Ja, ja. Und teilweise nimmt er sich dann eben auch nicht ernst, um dann in der nächsten Sekunde wieder voll eins auf die Zwölf zu geben. Also, das finde ich gerade so dieses Coole an Bong Joong-Ho's Stil, dass er da auch gekonnt den Stil wechselt. Wie auch zum Beispiel bei Parasite, dass es in einer Sekunde total lustig war. Und dann hast du in der nächsten Sekunde dann auf einmal Suspense, der dann auf einmal reinkommt oder so Horrorelemente. Und das ist hier eben auch der Fall, dass du dann teilweise Kritik an der Gesellschaft hast, wie die mit der Pandemie umgehen, wie die Familie damit umgeht, wie die Regierung generell mit der Pandemie umgeht und das dann auch noch als Mittel nutzt, um da irgendwelche Sachen durchzudrücken. Also, der macht sich das da nicht leicht. Und ich würde sagen, bei Okja hat er sich mit diesem Genre-Mix mal verhoben, aber hier und in all seinen anderen Filmen funktioniert das ziemlich, ziemlich gut. Ja, also Parasite ist da wohl, glaube ich, das hervorstechendste Beispiel. Also, er hat es auf jeden Fall drauf, mit Genre und mit Tropen zu jonglieren und dann völlig in eine andere Richtung zu laufen damit. Absolut. Also, Okja sieht am Anfang auch aus wie so ein Film, der auch irgendwie bei Disney Plus laufen könnte beispielsweise. So ein bisschen. So ein bisschen, ja. Aber okay, wir sind in Zeiten, wo da die Alien-Queen quasi eine Disney-Prinzessin sein müsste. Also, ich gebe dir da recht. Meinst du dann, die Host, das ist jetzt vielleicht auch durch den, ich meine, Südkorea ist ja auch durchaus Corona-Thema. Hast du den Eindruck, dass der jetzt vielleicht gerade so eine gewisse Tagesaktualität hat und vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist? Wenn man zu sehr mit diesem Thema bescheuert ist, könnte der unangenehm sein. Bei der ersten Sichtung habe ich den tatsächlich als unangenehm empfunden und bei der zweiten habe ich dann mehr so diese ironischen Elemente dann auch wahrgenommen. Also, er könnte einen schon aufstoßen, wenn man den zum ersten Mal sieht. Ich glaube, der hat ziemlich schwarzen Humor teilweise, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich weiß nicht, Lukas, wann hast du den das erste Mal gesehen? Er hatte sie tatsächlich erst vor ein paar Monaten, also, weiß nicht, drei Monate vielleicht, vier Monate maximal. Also, so im Hype von Parasite. Genau, sie hat halt Parasite gesehen Anfang des Jahres erst tatsächlich. Ich auch. Genau, und dann war ich sehr, war ich halt total geflasht und dann, ich kannte halt Okja und ich kannte Snowpiercer, glaube ich, schon. Und dann habe ich mich mal an den Rest quasi gewagt. Genau, wie bei mir. Genau, dann eigentlich so gut wie alles gesehen, außer seinen ersten Film. Also, Barking Dogs, Never Bite, habe ich noch nicht gesehen. Aber sonst habe ich eigentlich alles gesehen. Ja, ja. Den müsste ich auch noch tatsächlich nachholen. Also, was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist Memories of Murder auf jeden Fall. Das ist quasi der koreanische Zodiac. Ja. Ja. Das trifft es richtig gut, ja. Ja, Gott, dann stehe ich jetzt mit meinem Film. Also, habt ihr noch was zu The Host? Oder, Patrick, hau mal deine Bewertung raus, wenn du nichts mehr hast. Ich schwanke so zwischen drei und vier Punkte, aber ich sage jetzt mal 3,75. Er ist richtig gut. Ja. Und ich weiß jetzt mittlerweile auch, dass Bong Joon-ho besser kann. Aber ich habe so ein Faible für Monster-Filme. Ich mag auch immer diese Familiendynamik, die in seinem Film ist. Mhm. Und die Tagesaktualität spielt da auch mit rein. Also, der ist eine absolute Empfehlung. Aber wer jetzt schon von diesen ganzen Covid-News erschlagen wird, der sollte da vielleicht dann zweimal überlegen, ob er den schaut. Weil das könnte vielleicht dann doch ein bisschen zu sehr aufstoßen. Okay. Ja, aber jetzt, also, grundsätzlich kann man nur, wir haben es jetzt, glaube ich, schon mehrere Male gesagt, aber man kann wirklich nur empfehlen, sich mal Bong Joon-ho spätestens jetzt im Hype von Parasite. Also, macht es dem Lukas nach und lasst mal so das Werk-Revue passieren. Ist jetzt nicht, wer weiß, wie umfangreich. Was ich hier jetzt gerade noch sehe, The Host ist irgendwie ein Sequel von geplant. Weißt du da was drüber? Das ist mir jetzt neu, aber ... Ja, ich sehe es hier auch direkt The Host 2. Mehr weiß ich darüber aber auch nicht. Würde ich mir aber ansehen. Und gerade jetzt wäre die richtige Zeit dafür. Ja, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr die richtige Zeit dafür. Aber, äh, Bong Joon-ho, also das Nächste, was jetzt erst mal ansteht, also, er macht ja, glaube ich, momentan nix. Was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil er hat ja eigentlich mal ein Ding nach dem anderen in der Pipeline. Nicht nur das. Jetzt gerade, wo er in Hollywood so richtig Fuß gefasst hat, lehnt er sich zurück und macht nix. Ja, also, er macht ja ... Also, diese HBO-Serie basierend auf Parasite soll ja kommen. Da ist er wohl auch involviert, ne? Ich nehme an, da wird einiges kommen. Aber ja, gut, es steht im Moment auch alles still, ne? Kurz nach seinem Oscar-Gewinn ging's los mit Lockdown, ne? Nicht lange danach, irgendwie einen Monat nach der Oscar-Verleihung ging's los mit Corona. Also, man könnte echt sagen, dass der Film noch zum richtigen Zeitpunkt kam, dass er noch gut absagen konnte und sich absichern konnte. Gut, dann ... Ja, Bewertung hast du schon rausgegeben. Dann würde ich sagen, schließen wir den Kreis. Gut, ja, Lukas, du hast den dritten Film dann ja nicht gesehen, ne? Genau. Deshalb klingst du dich dann an dieser Stelle aus, aber bist natürlich gerne eingeladen, noch mal dabei zu sein bei unserer Mooby-Runde. Genau, nee, ist es mir natürlich immer wieder gern. Und natürlich hoffe ich, dass ihr jetzt den einen oder anderen Filmtipp da rausholen konntet. Und wünsche auf jeden Fall noch viel Spaß beim letzten Teil dieses Podcasts. Okay, gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Alles klar. Tschüssi. So, da sind wir da nur noch zwei. So schnell kann's gehen, Patrick. Tja. Aber das ist ein Film, den wir beide gesehen haben. Richtig. Und über den es sich durchaus lohnt zu diskutieren. Last but not least, jetzt schließe ich hier eigentlich überhaupt nicht an die bisherige Stoßrichtung unseres Podcasts an. Denn wir hatten ja jetzt mit Bon Joon Ho und Federico Fellini wirklich zwei stilprägende Regisseure ihrer jeweiligen Nation. Also, auch wenn's bei Bon Joon Ho noch kommt, der hat halt schon jetzt einen gewissen Ruf einfach. Spätestens seit seinem Oscar-Gewinn. Spätestens jetzt. Aber er hatte immer wieder diese Geheimtipps, die rausgekommen sind. Und da wurde er dann immer wieder kurz gehypt. Aber jetzt scheint's ja wirklich so, als würde das jeder gesehen haben. Also, er hat ja hier Snowpiercer. Das war, glaub ich, so, wo er wirklich über auch Genre-Kino hinaus Beachtung gefunden hat. Das war ja, glaub ich, sein erster US-Film auch so gesehen. Sein erster Hollywood-Film, ja. Genau, genau. Und dann kam ja noch anderes Zeugs. Aber gut, Detachment. Tony Kaye reiht sich hier eben überhaupt nicht ein. Ich hatte es ja schon bei meiner Vorstellung gesagt. Der Regisseur von American History X, bei dem bis heute nicht klar ist, wie viele Anteile er wirklich zu verantworten hat von diesem Film mit Edward Norton als Neonazi, kommt ursprünglich aus dem Videoclip-Bereich. Und das merkt man seinen Film auch durchaus an. Ich kann jetzt auch gar nicht mal sagen, ob Detachment jetzt sein, ja, doch sein zweites oder drittes Werk ist. Das ist auf jeden Fall aus dem Jahr 2011 mit jemandem in der Hauptrolle, der auch immer so ein bisschen übersehen wurde, obwohl er eigentlich ein Oscar-Preisträger ist, nämlich Adrian Brody. Naja, der arme Pianist. Genau, der Pianist hat er für gewonnen. Und das war dann irgendwie auch schon die Spitze seiner Karriere. Also ansonsten, ja gut, jetzt hier ... Also Predators wird es nicht gewesen sein. Nee, nee, genau. Er hatte Predators besprochen, aber ist jetzt nicht unbedingt sein Karriere-Höhepunkt gewesen. Ja, Detachment. Und worum geht es? Es geht um, wie gesagt, Adrian Brody, also beziehungsweise seine Rolle Henry Barth. Und der wird als Aushilfslehrer an einer Schule, ja, angeheuert, könnte man sagen. Und der hat dann Schwierigkeiten, ja, zu den Schülern durchzudringen. Und verzweifelt auch, er und seine Kollegen verzweifeln zusehends daran, eben auch an dem fürchterlichen Bildungssystem in den USA. Und ja, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Weil dieser Film ist so mit sozialkritischen Themen vollgestopft, dass er wirklich aus allen Nähten platzt. Und das ist leider auch ein Problem des Films. Ich hab ihn jetzt tatsächlich erst zum ersten Mal gesehen. Ich hatte lange davon gehört und war neugierig wegen diesem Tony Kaye. Wie war es bei dir? Ich hab auch erst davon gehört, nachdem du es mir vorgeschlagen hast. Dann dachte ich, okay, cool. Adrian Brody ist jemand, der verdient mehr Beachtung in seinem Werk. Also hab ich mir den Film gerne angesehen. Ja. Ja, aber ich kann dir da recht geben, der ist wirklich mit Themen und Schicksalsschlägen überladen. Er ist noch mit so das Beste am Film. Bei manchen Sachen, also grad bei den Schicksalsschlägen, war es mit dann noch schon teilweise ein paar Schippen too much auf Drama gepolt. Ja, also das Interessante ist, dass der Film, also man merkt schon, dass der auch vom Regisseur von der American History X ist, weil der führt zum Beispiel auch selber die Kamera Tony Kaye. Und der Film hat eine sehr, 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 ja fast schon dokumentarische Kameraführung. Mutet auch über weite Strecken, besonders in den Schulszenen, wirklich schon dokumentarisch an. Ist dann aber manchmal auch echt ein bisschen überinszeniert, was jetzt Zeitlupen oder Musikeinsatz angeht. Nicht nur das. Es gibt auch diese vielen mini-animierten Sequenzen, wo dann mit Schulkreide irgendwie noch so kleine Zeichentricksequenzen dazu gezeichnet werden, wo ich dann dachte, ja, okay, bei einem Videospiel wäre das richtig gut aufgehoben. Hier ist es halt ein bisschen too much, was er damit dann noch da in diese kleinen Sequenzen damit einfügen will. Ja, vor allem wirkt der Film dadurch auch teilweise echt schon nervös. Also der Schnitt ist auch manchmal ganz komisch. Gewisse Szenen werden einfach nicht so toll aufgelöst, muss ich sagen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass der Film, also wie gesagt, der hat halt diese dokumentarische Kameraführung, um das eben auch ... Also man muss sagen, von der Inszenierung her mit der Kamera wirkt es eigentlich sehr lebensnah. Ähnlich unmittelbar und aus dem Leben gegriffen, wie zum Beispiel auch American History X. Aber man muss sagen, dass man ... Und da hat der Film vielleicht auch so ein Problem, der ist von der Stimmung her eigentlich immer gleich. Also dieser ganze Film ist eigentlich eine Flatline. Der ist komplett wirklich in Moll. Alles ist schlimm und alles ist furchtbar. Es gibt eigentlich nur Verzweiflung, Schmerz und Unzufriedenheit. Und wie gesagt, also dass er der Lehrer ist, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Weil um ihn herum gibt es eben seinen Kollegenstab, die auch alle größtenteils, ja, kurz vorm Burnout stehen, würde ich sagen. Es gibt da keinen Charakter, der nicht irgendwie komplett fertig mit den Nerven ist, von den Schülern bis zu den Lehrern. Dass die sich da noch nicht alle an die Gurgel gehen, hat mich schon halb gewundert. Man muss auch sagen, und das steht auch, wie gesagt, vielleicht auch für die Sprunghaftigkeit dieses Films, wir haben in vielen Nebenrollen, haben wir sehr viel Prominenz. Also wir haben ... Lucy Liu, Brian Cranston. Genau, also an Adrian Brody's Seite haben wir Marcia G. Harden, die kennt man aus Der Nebel zum Beispiel. James Kahn ist eher so ein Schauspieler der 80er, ist jetzt auch nicht so häufig zu sehen. Ja, aber auch Christina Hendricks, Lucy Liu, Blivey Danner, Tim Blake Nelson, William L. Peterson, bekannt aus der Originalverfilmung von Roter Drache, Blutmond, also Manhunter. Einige andere. Und ich glaube, diese eine Schülerin, die heißt nämlich irgendwie Betty Kay, die dürfte irgendwie auch auf jeden Fall Verwandtschaft sein von Tony Kay. Sehr, sehr viele Figuren, sehr, sehr viele Konflikte. Und also ein Stück weit könntest du ... Also du könntest aus dem Film auch eine Netflix-Serie machen, glaube ich. Sowas wie Tote Mädchen lügen nicht, könntest du eigentlich daraus machen. Ne? Tja, vor allem, er ist sich so uneinig in der Stimmung, die er erzeugen will, ist trotzdem die ganze Zeit so down. Und dann hast du ab und zu noch so Szenen, wie die in so Head, in so Talking Heads, auf einmal in die Kamera reden und das Ganze noch mal zusammenfassen. Als würde das gesehen nicht reichen, als wären die Zuschauer komplett blöd. Ja, da ist auch das Problem, es geht weder so der filmdramaturgische Ansatz noch wirklich der dokumentarische. Das greift einfach nicht so ineinander. Wobei der Film schon wirklich ... Also der ist schon sehr, 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 sehr sozialkritisch einfach, ne? Ähnlich schon wie American History X will auch ... Also American History X, muss man ja wissen, ist ja eigentlich ein Stück weit eine Milieustudie gewesen. Und an dem versucht sich der Film ja auch. Das funktioniert aber nicht. Und vielleicht hätte man das Ganze sogar in ein anderes Korsett knüpfen sollen als, ja, Schule. Weil was zum Beispiel gar nicht funktioniert, ist so die Entwicklung, wie eben Adrian Brody nach und nach ein Verhältnis oder ein Draht zu den Schülern aufbaut. Da sieht man gar nicht so viel im Verlauf des Films von und irgendwann ist er dann einfach da. Also das wirkt da auf mich total seltsam gegen Ende des Films, wo er sich dann verabschiedet von wegen, ich muss jetzt in die nächste Schule. Ja, sie sind der coolste Lehrer ever. Und sie sind voll cool, Mann. Ich hab jetzt voll Respekt vor ihnen. Und das kommt von dem Typen ... Ja, der ihn am Anfang noch so vor der ganzen Klasse übelst beschimpft hat. Ja, und der ihn sogar verprügeln wollte. Ne, vor der Klasse. Also das ist schon ... Also klar, man merkt schon wirklich, dass das Bildungssystem in den USA wird angeprangert. Und vor allem das Deprimierende ist, wie wollen Lehrer, die selber immer mehr ihre ... Ja, wie sagt man das jetzt? Nicht ideale, aber eben so ihre Prinzipien verlieren. Also sprich, eigentlich auch Perspektiven einbüßen. Wie wollen die Jugendlichen Perspektiven aufzeigen, die das gar nicht wollen? Vor allem, du siehst dann tatsächlich noch, wie diese Marsha Guy Harden, wie die bei so einer Rektorsitzung sind. Und dann erwähnt dann einer zu ihr, ganz in dem Nebensatz, ach übrigens, Ende des Jahres sind sie gefeuert. Genau, ja, ja, von wegen, sie sind totes Fleisch und so. Da war dann auch dieser Typ, der irgendwie ... Ich weiß gar nicht, war das irgendeiner vom Schulamt oder so? Der hielt da irgendwie so eine Schönwetterrede vor denen, die ihm keiner abgekauft hat. Und der wurde ja da förmlich inszeniert, als wäre Martin Luther King. Also das war eine ganz seltsame Szene. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es ein schlechter Film ist. Es ist ein überambitionierter Film. Zeig diesen Film mal einem angehenden Lehrer oder eine angehende Lehrerin. Die hat danach keinen Bock mehr drauf. Weil sie dieses total kaputte System sieht und denkt, nee, ernsthaft, wieso sollte ich mir diesen Mist antun wollen? Aber auf der anderen Seite, was mich dann so ein bisschen stört, dass der Film nie so wirklich ... Also frei nach dem Titel Detachment, was ja so viel heißt wie Ablösung, Übergabe so gesehen oder Loslösung eigentlich. Loslösung von dem, was einem das Elternhaus vorgelebt hat. Aber ja, das ist eigentlich so das Kernthema des Films. Aber das geht eigentlich fast so ein bisschen unter. Also das findet sich zwar überall wieder, aber da sind so viele Konfliktherde drumherum. Und Adrian Brody ist ja auch noch selber mit sich im Unrein, hat auch irgendwie noch ein Kindheitstrauma. Also wirklich, du könntest eine Serie daraus machen. Du könntest locker eine Serie daraus machen. Ja. 13 Reasons Why mit erwachsenen Darstellern ist das eigentlich ... Ja, eigentlich sogar das Ende. Ein paar Parallelen durchaus, ne? Nee, vor allem die einzige Dramaturgie, die in diesem Film vorhanden ist, ist, dass Adrian Brodies Charakter am Schluss die ganze Scheiße angehäuft hat. Also dass sich das dann alles über ihn zusammenstürzt. Und er dann am Schluss noch weniger Bock hat und trotzdem irgendwie halbwegs mit einem blauen Auge davonkommt. Also nach dem, was da passiert ist, hätte man ihn zumindest irgendwie halbwegs suspendiert oder so. Ja, aber ich sag's ganz ehrlich, also ohne es jetzt zu spoilern, aber als dieses Thema dann auch noch aufkam, dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein. Der Film ist doch jetzt vollgestopft genug. Jetzt reicht es doch mal wirklich. Also du hast wirklich das Gefühl, dass Tony Kaye oder besser gesagt der Drehbuchautor Karl Lund, das ist auch tatsächlich sein Debüt gewesen als Drehbuchautor. Drehbuchautor, der hat danach nie wieder was gemacht bisher. Ja, ich mein, er kriegt ja tatsächlich sogar noch bei seinem Abschied richtig einen reingewürgt. Ja, das ... Also, ohne das zu sehr zu spoilern. Und ich lache jetzt nicht darüber, sondern wirklich, wie hardcore diese Dramaturgie ist, dass sie ihm noch nicht mal einen schönen Abschied gönnen, sondern auch da noch mal einen draufsetzen müssen. Wobei man muss sagen, der Film, also Adrian Brody hält den schon irgendwie zusammen. Und ja, die anderen spielen ihm eigentlich nur die Bälle zu. Wobei ich muss sagen, also ich finde manche der Nebenrollen schon wirklich verschenkt eigentlich. Lucy Liu vor allem. Lucy Liu hatte aber zumindest starke Szenen. Ja. Ja gut, Marcia Gay Harden auch. Aber also Brian Cranston zum Beispiel, das war ja wirklich, das war ja fast eine Gastrolle. Also das war ja so kurz. Und das vor allem, das habe ich schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe wirklich einen Moment gedacht, das ist Richard Jenkins. Ja, ja, das habe ich ja auch gedacht. Also man sieht zwar deutlich, dass er da Breaking Bad gedreht hat zu dem Zeitpunkt, aber ja. Ja, ich denke, er war da halt auf einen kurzen Zwischenstopp, hatte vielleicht eine Breaking Bad Pause. Und dann haben sie zu ihm gesagt, hier, willst du noch mal kurz da mitmachen? Und er so, ja, okay, ich etabliere mich hier gerade als Dramaschauspieler, gucke ich da auch mal schnell vorbei. Ja, er hat ja, also Brian Cranston hat ja gerade um Breaking Bad herum oder nach Breaking Bad oft solche Rollen gehabt, so Nebenrollen in Filmen wie Argo beispielsweise oder Contagion. Aber jetzt hier Detachment, also ich hatte halt seinen Namen im Vorspann gelesen und ich muss sagen, also ich wusste gar nicht so viel über den Film. Und dann kommt halt dieser Vorspann, der auch eigentlich ganz schön animiert ist mit diesen Kreidezeichnungen. Und da steht dann wirklich ein großer Name nach dem anderen. Und dann denke ich mir so, fucking Brian Cranston, oh ja, der spielt bestimmt irgendeinen von der Lehrerschaft. Nee, der spielt Marceau Gay Hardens Mann, der in einer Szene auftaucht und dann ist das auch wieder passé. Wobei ich noch mal was hervorheben möchte, ist die Chemie zwischen Adrian Brody und dieser, oh Gott, die kommt ja auch noch dazu, diese junge Prostituierte, die er dann irgendwie nach einer Begegnung im Bus bei sich aufnimmt und bei der man auch wirklich merkt, dass die eigentlich nur nach einer Vaterfigur sucht. Wirklich gut gespielt tatsächlich von dieser Sammy Gailey, oder wie die heißt, ist, glaube ich, auch eine ihrer allerersten Rollen gewesen. Also Chapeau, das war schon nicht schlecht. Die hat sich gut geschlagen, aber wir sagen es ja, ihr Schicksal hätte allein schon ein Drama ausgefüllt. Adrian Brodies Charakter hätte schon von seinem dramatischen Aspekt einen Film ausfüllen können. Aber du klatscht hier wirklich alle möglichen Schicksalsschläge aneinander. Und dadurch verpuffen die irgendwie und nehmen sich so ein bisschen auch den Wind selber aus den Segeln. Also ich habe ja kein Problem, wenn irgendwie so subtile Details am Rande sind. Oder so Nebenplots, die jetzt gar nicht mal so groß zur Geltung kommen, aber wo trotzdem eine Aussage hinter steckt. Aber hier ist es einfach zu viel. Wirklich, also man kann wirklich sagen, jede Figur, jede Nebenfigur dieses wirklich prominent besetzten Castes hat irgendwie so ihre eigene Schlacht mit sich selber auszufechten. Und das passiert alles so im Hintergrund, während Adrian Brody ... Also angenommen, man würde jetzt wirklich eine Serie rausmachen, dann könnte man das fast so im Leftover-Stil machen. Jede Folge steht eine andere Person im Vordergrund. Und die anderen dann halt so als die Nebencharaktere in der Episode des einen Charakters, ja. Genau, genau. Und so jetzt vielleicht ... Also ich muss sagen, angenommen, da würde jetzt eine Serie von angekündigt werden, das fände ich echt interessant. Das wäre auch dann mit den ganzen Themen, die hier angeschnitten wurden, die den nötigen Raum bekommen würden. Richtig, genau. Und dann könntest du eben auch so Schauspieler ... Ich meine ganz ehrlich, dann könntest du auch meinetwegen noch mal Brian Cranston irgendwie antanzen und das so eine Folge, wo er dann irgendwie richtig glänzen kann. Aber nicht diese zwei Minuten, wo er eigentlich nur eine Kaffeemaschine bedient oder irgendwie so was. Also das geht mir nicht in den Kopf. Man muss auch sagen, dass der Film ... Also ich hatte es ja schon gesagt, der ist so ein bisschen so von der Schulter weggefilmt. Man muss sagen, der sieht teilweise ... Also das ist natürlich gewollt. Der soll so lebensnah und wirklich ungeschönt wirken. Und das ist er auch. Aber man muss sagen, der Film ist teilweise wirklich schon richtig hässlich. Also richtig hässlich. Ja, ja. Also das ... Und hinzu kommt eben noch, dass der halt wirklich durchweg in so einer D-Moll-Atmosphäre ist. Also es gibt mal irgendwie ein, zwei hoffnungsvolle Momente, die auch wirklich schön sind. Also weiß ich nicht, zum Beispiel mit ihm und eben dieser Prostituierten, dieser Erika, die dann irgendwann auch noch auf Aids getestet werden muss und so was. Also es ist wirklich ... Es ist unfassbar, wie überladen dieser Film ist. Also das hätte ich nicht gedacht, dass der so ein Fokusproblem hat. Wobei schon die Absicht dahinter wirklich ehrenwert ist. Also die ganzen Themen hier, die hier angesprochen werden, die sind wichtig. Aber es ist einfach zu viel und es greift nicht gut ineinander. Manches wirkt so stiefmütterlich auch am Rande. Und das ist dann tatsächlich auch schade um die ganzen Stars, die dazu auch noch aufgefahren wurden. Ja. Ja, vor allem ist der Film jetzt nicht gerade ... Also das finde ich halt auch so interessant. Diese Nebenplots sind eigentlich so alle relativ, ja, subtil im Hintergrund. Das hat aber nicht unbedingt mit subtiler Filmemacherei zu tun, weil manche Szenen sind schon wirklich ein bisschen sehr plakativ. Also da gibt es halt so eine, wo Adrian Brody so ein bisschen auf Club der Toten Dichter macht und dann irgendwie sagt von wegen so, ja, die Medien und die Welt und alle verblöden uns und wie können wir uns daraus befreien, indem wir selber unseren Verstand benutzen. Und dann dachte ich mir auch so, also wenn man den jetzt in der aktuellen Situation sieht, könnte einen das auch so ein bisschen zu den Aluhutträgern einladen. So diese Haltung, so von wegen Scheiß auf alles und Quatsch nicht alles nach. Ich meine, das ist ja eigentlich ehrenwert, aber man kann das eben auch sehr leicht falsch verstehen. Und da ist dieser Film dann auch leider nicht sonderlich subtil. Wobei er es da eigentlich hätte sein müssen. Ja, ganz, 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 ganz schwieriger Kandidat. Also ich würde sogar sagen, man sollte sich den schon angucken. Guckt euch den aber wirklich vielleicht nicht im Augenblick an. Auch wenn das jetzt ein bisschen paradox klingen mag, weil der zieht schon echt runter. Der Film ist ein richtiger Dauner, aber ja. Ja, ein Slowburner ist das jetzt wirklich schon. Dass wir jetzt den Cast damit ausklingen lassen, passt irgendwie zur momentanen Situation. Also den Film sollte man sich nicht unbedingt ansehen und eigentlich auch The Host nicht, wenn man sich von der aktuellen Situation eigentlich ablenken möchte. Genau, schaut jetzt Fellini. Genau, schaut Fellini. Ich werde ihn tatsächlich auch gucken, den die Müßiggänger. Aber Detachment, ich würde sagen, wir kommen zu einer Wertung, Patrick. Boah, ja, in altbewährter Tradition vergeben wir das Ganze mal in 1 bis 5 Burnouts. Ich lasse dir den Vortritt. Der Film, er verhängt sich bei mir wirklich in den Überambitionen. Er hat gute darstellerische Leistungen und alles, aber da schwank ich zwischen 2,5 und 3 und gebe die drei Punkte einfach, weil das alles wirklich mehr als solide gemacht ist. Aber für eine höhere Wertung stellt sich der Film ein paar Mal zu oft das Bein. Ja, er steht sich einfach selber im Weg. Der ist, was halt so komisch ist, der geht ja eigentlich gar nicht mal so lang. 100 Minuten. Aber er fühlt sich länger an. Der fühlt sich länger an und du hast irgendwie das Gefühl, dass es fast ein Rough Cut sein könnte. Also da sind so gewisse ... Ich weiß nicht, wie weit das Ding irgendwie runtergeschnitten wurde. Es kann ja auch sein. Aber weißt du, dann hätte man vielleicht diese ganzen Subplots einfach entfernt und hätte irgendwie einen schlanken 80-Minuten-Film mit Adrian Brody, der dann auch wirklich ... Also er steht im Fokus und alles kreist um ihn herum. Aber der Film lässt sich ... Also man könnte sagen, der ist eigentlich wie so ein unaufmerksamer Schüler, der sich von allem Möglichen immer ablenken lässt. Und da merkt man eben doch, dass der mit Videoclips davor beschäftigt war. Der hat auch eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ja, und der Schnitt ist auch teilweise sehr nervös. Fast wirklich wie in so einem Musikvideo. Der ist so nervös wie die ganzen Hauptcharaktere da. Also vielleicht passt das in der Hinsicht. Also ich mein, gut, es soll ja natürlich irgendwie auch aus dem Leben gegriffen wirken. Aber was mich halt auch stört, dass der Film auch irgendwie keine Lösung anbietet. Weil immer dieses, oh, alles ist scheiße und life sucks. Und ... Vor allem, warum Adrian Brody noch eine relativ positiv besetzte Figur ist, obwohl er eigentlich mit Abstand die größte Scheiße hinter sich hat. Die auch nur so, oh ... Das ist einfach zu viel. Aber was ist dann die Grundaussage? Wenn's da ... Wenn's in der Schule zu scheißen wird, egal. Wechsel die Schule, da kannst du ein paar andere Kinder in den Abgrund stürzen. Ibi. Ja, oder vor dem Abgrund bewahren, in den du dann selber kurz davor bist, reinzuspringen. Ja. So ein bisschen, ne? Also, der Film ist schon ... Also, das, was er zeigt, so auch so von der Lehrerschaft, auch ziemlich ungeschönt alles, ne? Wobei ich da noch mehr gern gesehen hätte vom Umgang der Lehrer miteinander. Da war mir irgendwie auch zu wenig ... So stiefmütterlich. Es ist ein ganz merkwürdiger Film. Ich würde aber sagen, man guckt ... Ja, guckt ihn euch an, aber guckt ihn euch in der richtigen Stimmung an und erwartet nicht einfach nur irgendwie einen Drama über einen Aushilfslehrer oder so. Und erwartet keinen Snyder-Cut, der das Ganze retten könnte. Ja, der K-Cut hier in dem Fall. Aber ja, es ist ganz merkwürdig. Also, der Film, der hat einen ähnlich sozialkritischen Anstrich wie der quasi Vorgänger American History X, aber ein gewaltiges Fokusproblem. Trotzdem wirklich ... Also, man muss sagen, Adrian Brody ist hier wirklich gut. Also, das ist ein Schauspieler, den ich irgendwie auch dann nach der Pianisten nie mehr so richtig wahrgenommen hab. Vielleicht noch irgendwie ein King Kong oder eben Predators oder so was. Aber, ich weiß nicht, da hast du wirklich das Gefühl, der hat seinen Oscar gekriegt für den Pianist und das war's dann irgendwie. Aber der hier ... Ja, komm, ich red mich jetzt auch nicht mehr hier weiter in Rage. Man kann wahrscheinlich noch einiges über diesen Film reden, auch im Hinblick darauf, wie er eben das Bildungssystem darstellt in den USA. Doch, ich wüsste jetzt sogar noch eine Empfehlung. Vielleicht, dass man den so bei Lehrern zeigt und da mal auseinanderdrüselt, was die da alles falsch machen. Also, wenn du den Beruf Lehrer machst und zeigst den als Negativbeispiel. Ja, oder aber von Lehrern, die dann ... Oder, keine Ahnung, angenommen, du willst als Oberstudienrat irgendwie dein Kollegium loswerden, zeig ihnen einfach diesen Film. Ja, tatsächlich. Aber, ja, das ist ... Also, es ist ja bekannt, also, er ist ja ... Man muss ja sagen, er ist ja auch ein Aushilfslehrer. Das sind ja welche ... Ich kann mich da an eine King-of-Queens-Folge erinnern, wo Kevin James da irgendwie arbeitslos ist. Die mit Burt Reynolds. Genau. Nee, nicht die mit Burt Reynolds, sondern die er, wo er irgendwie Aushilfslehrer ist bei seiner Schwester auf der Schule. Und da heißt es auch, dieser Aushilfslehrer, das sind ja eigentlich nicht mehr wirklich ausgebildete Fachkräfte. Die sind einfach nur dazu dauernd, den Schülern irgendwelche Beschäftigungen zu geben und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. Also, sogenannte Lückenbüßer sind das eigentlich nur ... Genau, die dürfen eigentlich so ein bisschen ... Ja, wenn halt irgendwie Lehrermangel ist, was ja auch nicht ... Selbst hier in Deutschland ... Beschäftigungstherapie für die Kleinen. Genau, so gesehen schon. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja, ich bin auch so bei 2,5 bis 3 tatsächlich. 2,75 oder so. Es ist ein ganz, 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 ganz merkwürdiger Kandidat, der schon irgendwo sehenswert ist, aber auch irgendwie merkwürdig frustig. Aber gut. Ja, jedenfalls alle drei Filme, also die Müßiggänger, The Host und Detachment, könnt ihr bei Mubi sehen. The Host ist, glaube ich, in der Bibliothek, meintest du, ne? Sobald ich das weiß, durch den Boost, den Bong Joon-ho gerade ausübt. Ja. Genau, der ist zeitunabhängig. Also, den könnt ihr euch ... Guckt euch die alle ruhig mal an, sind auf ihre Art sicherlich alle sehenswert, auch wenn ich jetzt die Müßiggänger nicht gesehen habe. Ja, dann würde ich sagen, war es das, Patrick. Der Lukas hatte sich ja schon verabschieden müssen. Genau. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt auch hier den Deckel zu. War eine schöne Besprechung, schön schlank. Hier und da wird vielleicht noch ein bisschen geschnibbelt. Aber ich würde sagen, wir machen für heute dicht. Und ja, wir können, weiß nicht, ich wollen mir noch erwähnen, was so demnächst von uns beiden hier noch kommen wird. Oder lassen wir das einfach mal so auf die Zuhörer zukommen? Wir können ja noch mal Werbung für unseren Westworldcast machen. Stimmt, ja. Da kommt demnächst noch mal ein letztes gemeinsames Fazit mit einem ehemaligen Bekannten, der endlich auch mal wieder zurück ist. Und mit dem werden wir da noch mal Staffel 3 auseinandernehmen und gucken, was die Zukunft da vielleicht bringen wird. Genau. Ja, und mit dem Christopher kommt dann die Tage auch noch eine Besprechung zu der aktuellen Serie War of the World, die gerade auf Amazon Prime läuft. Und du bist ja auch ein paar Projekte verstrickt. Genau. Und ja, Westworld ist ja mein Baby, kann man sagen. Das führen wir dann jetzt zu Ende. Warum wir dann jetzt mit so einer Verspätung da sind, weil die Staffel ist ja schon relativ durch. Ab 8. Juni wird die deutsche Ausstrahlung auf Sky noch mal Corona-bedingt mit deutscher Synchro neu gestartet. Deshalb setzen wir uns dann noch mal zusammen mit dem Kollegen Thilo, den vielleicht einige noch vom Game of Thrones Recap kennen dürften. Ansonsten, ja, bin ich natürlich weiterhin beim Movie Break zu hören. Hier noch bei einigen Besprechungen. Könnt ihr euch drauf freuen. Hier beim Mubi bin ich sicherlich irgendwann noch mal am Start. Was da noch kommen wird in den nächsten Wochen, werden wir dann sehen. Spätestens, wenn das große Fressen kommt, bist du dabei. Genau, da bin ich auf jeden Fall dabei. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird ein ... Festessen. ... Big Feast. Ein Big Feast. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Macht es gut. Bleibt zu Hause. Bleibt gesund, wie der Stu so gerne sagt. Ich bin raus. Ciao, ciao. Ich auch. Ciao. Ich bin raus. Vielen Dank.